Willkommen zurück zu SpazOnline. Wir sind zurück in Einsamkeit, nachdem wir die Quest mit Nase trennen gemacht haben und einmal mehr wieder im Kreis gelaufen sind. Wir haben zwischendurch sogar meinen Lieblingsfreund Rigord gefunden. Der ist nämlich... ja genau, der ist am Frostbecken-Gipfel, aber ich habe diesen Ort anscheinend noch nicht offiziell entdeckt, also sehe ich ihn gerade gar nicht. Naja, auf jeden Fall, der war irgendwo hier an der Wand im Wasser, hier, ne, da, keine Ahnung. Okay, ich habe ihn wieder verloren, ich habe wieder vergessen, wo er war, aber ich glaube, es war da. Wir werden uns um Rigord bei Zeit noch mal kümmern. Bis es aber soweit ist, kümmern wir uns um ein paar Hauptquests, äh, verschiedene Quests, die hier in Einsamkeit ablaufen, weil wir sind ja eigentlich, in unserer Hauptquests sollen wir uns ja mit Lyris in irgendeiner komischen Hütte finden, dieses Stück außerhalb, also ein ganz kleines Stück außerhalb, eigentlich wirklich winzig. Und, warte mal, fährt das rein. Was ist denn das? Eine angehende Antiquar. Ja, ja, Antiquaren will ich gleich, aber es gibt noch eine andere Quest, die, genau, vorne ist mich das noch an alle Antiquare. Das ist, soweit ich das verstanden habe, ist das die Sammelquest von diesen Addons, schräg, schräg, DLC. Ihr wisst schon, diese Sammelquest, die ich für die anderen 20 Addons auch noch nicht gemacht habe, obwohl ich die Psychic-Sammelquest eigentlich schon immer machen wollte, weil Sandra damals meinte, dass die Beschreibungstexte eigentlich lustig sind von den Gegenständen. Ja, klar, ich könnte es auch nachgucken, speziell wir ihn dann selber machen. Ist aber noch nicht passiert. An alle Antiquare. Habt ihr ein Faible für Antiquitäten? Lassen uralte Relikte euer Herz lauter schlagen? Halten euch Kultur und... Text. Und Geschichte vergangener Zeiten nachts auf den Beinen? Macht ihr gerne eure Hände schmutzig? Der Antiquarianen-Zirkel sucht fähige Gelehrte, Antikologen, Naturhistoriker und Erkunder für ein aufregendes, neues Projekt. Seht die Welt, bergt vergessene Relikte, lüftet uralte Geheimnisse, buddelt Dinge aus dem Dreck aus. Interessenten sollten sich bei Veritain Numidia in den nördlichen Zweigstellen der Universität von Gwilin in Einsamkeit melden. Werdet Teil der Geschichtsbücher, schließt euch den Antiquarianen-Zirkel an. Reginus Buka. Nachtrag. Nur jene von höchstem Intellekt und mit einem natürlichen Teil für mystische Künste sollten sich bewerben. VN. Ja. So. Artefakte aus. Das ist Wundling. Da steht er. Gisher habe ich die jährliche Verbrennung von König Olaf noch nie. Aber warum war der gerade Feind? Irgendwas mit Werwolf war. Oder am Ende kommt hier raus, dass die Hälfte der Bevölkerung eigentlich Werwölfe sind. Da fällt mir wieder das gute alte Lagerfeuerspiel Werwolf ein. Ich bin unglaublich schlecht in Lügen. Das macht dieses Spiel ein bisschen kompliziert für mich. So. Das ist der Antiquarianen-Zirkel. Wir sehen hier bereits ein paar intelligente Exemplare der Gattung Ork. Ja. Die sich gerade darum bemühen, hier bei den Antiquarianen Fuß zu fassen. Hallo, Verita Nubida. Lasst mich raten. Ihr habt einen von diesen lächerlichen Handzetteln gefunden, die Reginus überall in der Stadt ausgehängt hat. Ihr Götter. Es ist, als hielten wir ein Vorsprechen für ein Kindertheater ab. Bitte versteht. Das ist eine ernstzunehmende Verpflichtung. Wünscht ihr wirklich, euch dem Antiquaren-Zirkel anzuschließen? Äh, naja, für mich ist die Verpflichtung wahrscheinlich nicht ganz so... Ja, erklär mal erstmal, dass es das dann auf sich hat. Die angesehenste Geschichtsgesellschaft der Universität von Gwylim. Wir durchkämmen den Kontinent nach verlorenen Antiquitäten und katalogisieren dabei die Sammlungen. Wir haben hunderte von Entdeckungen gemacht, nicht zuletzt dank unseres Hellsicht-Werkzeugs, dem Auge des Antiquars. Ach, ich dachte schon, den Augur. Äh, ja, und was hat es damit auf sich? Eine Erfindung des Gründers unserer Universität, Churhane-Firre. Mit ihm kann der Geist des Anwenders große Entfernungen zurücklegen und vergrabene Relikte finden. Wahrheiten, die als verschollen galten. Ein Blick in das Auge erfordert ein gehöriges Maß an Talent. Ich frage mich, wie talentiert ihr wohl seid? Ähm, für diejenigen von euch, die auch noch nie was von der Universität von Gwylim gehört haben, es ist, also erstmal, das Gwylim ist ein walisischer Nachname, der irgendwie eine Ähnlichkeit zu William oder Gilaum hat. Oder aber es ist eine Universität in Cyrodiil. Und ich hab von dem scheiß Ding noch nie was gehört. Geom anscheinend. Ähm, genau, und das ist, äh, wuh, 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 wuh. Einer ihrer besten Wissenschaftler war Thujon Führer, den der Rat erwähnt hat, der, äh, über ihre, achso, sie war ja selber in Agile, achso, ja, okay, gut. Jödi. Und das Ding wurde anscheinend in allen Ellers-Krolls-Teilen seit Morrowind mindestens einmal erwähnt, so ich der Tierrad sehe. Also es wird nur erwähnt in allen vier Teilen, steht hier zumindest im Wiki, also wir kommen da nicht hin. Aber ich hab davon, ich hab anscheinend diese Notizen oder Erwähnungen bis jetzt ignoriert, weil ich hab von den Ordnern nie was gehört. Seid hiermit informiert. Na gut, wie fangen wir an? Die Aufnahme in den Zirkel beginnt sehr simpel. Legt einfach eure Hand auf das Auge des Antiquars. Falls ihr über die Begabung verfügt, werdet ihr euch umgehend auf das Auge einstimmen. Falls ihr die Begabung nicht besitzt, wird das Auge euch zurückweisen. So einfach ist das. Ja, das ist aber eigentlich relativ simpel, oder? Ich mein, da kann man doch halt die Gutbewerber aussortieren, oder nicht? Ja, aber erzähl erstmal ein paar Sachen über das Auge des Antiquars. Das hört sich doch recht interessant an, oder nicht? Oh, das ist ein R. Tjohane hat sich erstmal anwiegendwie einen Frauennamen. Na gut, was soll's? Äh... Hier zum 20. Mal die Erwähnung, dass wir uns in der magischen Endzeit befinden, und dass die Zeit des Helden schon vorbei ist, und das hier eigentlich, das ist ein bisschen wie bei Warhammer hier, dass die Technik der Alten versteht zwar keine Sau mehr, also bei Warhammer-Wissen ist recht begrenzt, ich werde irgendwann mal ein paar Bücher darüber lesen, da kann ich vielleicht mehr erzählen, aber long story short ist, dass bei Warhammer ist es auch so, dass das Imperium so ein paar alte Waffen hat, die recht groß sind, die nicht mehr herstellen können und eigentlich nur noch bedienen, die wissen nicht mehr, wie es funktioniert, aber sie haben die halt noch. Und so ein bisschen so ähnlich ist das mit der Magie in Elderskreuz. Wir hatten ganz am Anfang mal so Folge 30 oder so, haben wir in so einer Ausgrabung teilgenommen, und da wurden irgendwie Mikrogeätzte, auf jeden Fall Mikrogeätzte Runen wurden glaube ich erwähnt, oder wie so, also das waren, die Worte waren nicht Mikrogeätzte, oder auf jeden Fall hieß es, dass die Runen winzig klein sind, und damit irgendwie einen total tollen Effekt erreicht haben, und so war's halt, also die so quasi das Science-Fiction, der Magie, das war schon alles, und wir sind jetzt in der Endzeit, wo das alles schon wieder vergessen ist. Die Welt ist wieder in eine quasi Barbarei-Verfahren fallen, und deswegen gibt's halt so Werkzeuge von früher, die voll gut sind, aber die leider keine Sau mehr versteht, weil irgendwie die Welt kulturell sich wieder zurückentwickelt hat. Ja, und was genau macht das Werkzeug jetzt? Es richtet sich auf Objekte von historischer Bedeutung aus, wie ein Bluthund. Nur ohne das Bellen und Sabbern natürlich. Wir verstehen immer noch nicht ganz, wie es den Wert eines Gegenstands bestimmt. Ich schätze, das ist ein weiterer Beweis für das Genie unseres Gründers. Ja, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, ne? Also die haben halt so ein Stück Magie hier, das sie nicht verstehen, und das ist auch in den letzten, warte, wann wurde das Ding gegründet? In der zweiten Ära, also ist auch schon wieder ein paar tausend Jahre her, warte mal in der zweiten Ära, 455, warte, das ist doch gar nicht so weit her. Ach nee, Homfrey war es, Homfrey ist es, warte mal, Turfrey, wann war denn das? In der ersten Ära, 2700, hier warte mal, der ist aber gar nicht so lange tot, okay, gut, das ist, das ist, dann ist das in diesem Fall jetzt gar nicht so, also, sie hatten nur 300 Jahre, warte, Eiliden haben bis 272, also das ist, der ist gar nicht so alt gewesen, das war ein Eilidischer Elf, jetzt muss ich doch mal meine Timeline gucken, Moment, wo habe ich denn hier, die ISO-Timeline, also, König Eyrens Krönung war 580, und der ist in der zweiten Ära, 227 gestorben, also vor 353 Jahren, okay, in 353 Jahren hat niemand es geschafft, dieses Gerät zu verstehen, in einer Gemeinschaft von Gelehrten, das sagt dann nicht alles über den technologischen Fortschritt aus, den sie hier haben, er ist eher negativ, naja, gut, und wie viel von den Dingern haben sie? Wir haben mehrere aus einem Gewölbe in Elin hier geborgen, offenbar wollte der weise Firre, dass die Universität ihre Besten und Klügsten darauf ansetzt, seine Arbeit fortzuführen, wenn er einmal nicht mehr unter uns weilt. Es hat länger gedauert, als es ihm lieb gewesen wäre, doch ich ehre sein Erbe. Ja, und das ist was genau, das sind ja gut, die wollen Antiquitäten sammeln, wenn man keine eigene Geschichte hat, sammelt man halt die von anderen Leuten, Wir suchen vor allem die Wahrheit. Geschriebene Geschichte bietet nur selten ehrliche Aufzeichnungen über die Vergangenheit. Deshalb gehen wir direkt zur Quelle. Relikte, Andenken, sogar uralter Tant. Alles kann uns mehr über die Vielzahl an Kulturen in Tamriel lehren. Ja, schön, und das ist die Relikte, natürlich sind die Relikte wahrscheinlich wertvoll, das ist ja immer so das klassische historische Problem, dass halt irgendwie viele Relikte, wenn es nicht so noch ein paar Tonscherben sind, sind halt leider ärgerlicherweise auch total wertvoll, sodass sie a, private Sammler anlocken und b, irgendwelche Glücksritter, die am private Sammler verkaufen wollen. Das ist halt irgendwie ärgerlich, wenn du dich tatsächlich für die Historie da interessierst. Und c, wenn die Dinge aus irgendwelchen Gründen aus Gold sind, hast du gleich das nächste Problem im Haus. Ich vermute, ihr meint den Handelswert. Ja, ihr könnt alle Relikte, die ihr bergt, behalten und damit anstellen, was ihr wollt. Das Hauptinteresse des Zirkels ist es, die Entdeckungen zu katalogisieren und so viel darüber zu erfahren, wie wir können. Von dieser Vereinbarung profitieren alle Beteiligten. Was ist denn das für Antiquidare? Jaja, du kannst das Relikt finden. Uns interessiert eigentlich nur, wo es gefunden wurde. Die schönen Tante, der da am Ende rauskommt, die kannst du eigentlich behalten. Mach mal vielleicht noch, pausch mal ein bisschen noch das Muster ab und dann reicht uns das aber wirklich. Ach ja, von der Uni können wir auch nochmal nachfragen. Ach schön. Sie ist natürlich eine Hochschule. Nach glaubwürdigen Einschätzungen die allerbeste. Zumindest war sie das. Was ich nicht dafür geben würde, wieder durch diese Hallen zu wandeln. Diese klamme Zweigstelle ist da nur ein schlechter Ersatz. Ein sehr schlechter sogar. Ich habe den Tag erst erfahren, dass es tatsächlich so Zweigstellen von Unis wirklich gibt. Ich habe einen Arbeitskollegen, der arbeitet, der bietet so Kurse für eine Zweigstelle an. Das ist interessant. Na gut, da hast du gelehrt oder hat sie auch nur aus dritter Hand gelesen? Ich meine, sie hat nur gehört, dass es die Uni war. Also sie waren die selber da? Eine Weile. Ich habe dort auch studiert. Trotz aller Kämpfe in Cyrodiil hatte ich doch die Hoffnung, dass wir den Sturm überstehen würden. Doch der Krieg hat weitreichende Folgen, selbst für jene, die damit nichts zu tun haben wollen. Insbesondere für jene, die damit nichts zu tun haben wollen. Ah ja, also haben die quasi die Uni ausgelagert. Hier und anderswo. Die Fakultät wurde in alle Winde verstreut, als die Ebenenverschmelzung um sich griff. Zum Glück haben die meisten von uns überlebt und wir stehen in ständigem Schriftverkehr. Ich bin irgendwie in Himmelsrand gelandet. Was gefrorene Einüden angeht, ist es recht angenehm hier. Bis auf die ganzen Wehrwürfe und Vampire, die überall rumrennen. Das ist ja tatsächlich reingangenehm. Na gut, dann fangen wir hier mal an, ich bin dann mal weg. Achso, das Ding ist das Artefakt. Ich dachte, die hätten hier schon ungegangen. Das sieht, wo ich doch gerade bei irgendwie magischen Mikroerzogen war. Das sieht auch schon wieder so aus wie so ein Ding, was das hat. Hey, es aktiviert sich. Beeindruckend. Eine solche energetische Einstimmung sehen wir nur selten. Ja, wer hätte es gedacht, oder? Sieh an, sieh an, sieh an. Anscheinend habe ich euch unterschätzt. Mit einer derartigen Reaktion könnt ihr sogar Gabrielle Konkurrenz machen, unserer besten Antiquarin. Ich frage mich, welche Geheimnisse ihr wohl entdecken mögt, wenn ihr durch das Auge blickt. Wahrscheinlich irgendwelche Detoschen-Artefakte, die natürlich noch in Oblivion liegen und ich die da rausholen muss und das total ärgerlich ist. Weil natürlich finde ich nur die schwierigsten und weit entferntesten Artefakte, die man sich vorstellen kann. Naja, dann füllen wir das nochmal raus. Was muss ich tun? Ihr habt es eilig, was? Wir werden euch zur rechten Zeit lehren, wie man das Auge einsetzt. Doch zuerst schwört ihr, die Prinzipien und Traditionen des Zirkels hochzuhalten, eure Entdeckungen für kommende Generationen zu katalogisieren und aufrichtig über Tamriels Geschichte zu sprechen. Naja, aufrichtig über Geschichte zu sprechen habe ich voll dabei. Jawohl. Eine hervorragende Entscheidung. Das Meistern des Auges ist kein leichtes Unterfangen. Doch unter Gabriels Anleitung könnten wir eine richtige Gelehrte aus euch machen. Willkommen in unserem Kreis, Antiquarin. Och, direkt gefördert. Und ich kriege das Auge gleich mit, ist ja schön. Ermöglicht es euch sogar spielen, wo Antiquitäten versteckt sind. In einer Ausgabenstelle benutzt, führt euch dies zunächst gelegene mögliche Antiquitätsposition. Ein Belohn für den Abschluss der Quest der Antiquarazur im westlichen Himmelsrand. Quest abschließt. Nun denn, wir sollten ernsthaft mit eurer Ausbildung beginnen. Ich schlage vor, ihr sprecht mit Gabriel Benelé. Ich kann euch einige Ratschläge in Sachen Gelehrtentum geben, doch wenn es darum geht, das Auge des Antiquars selbst einzusetzen, werdet ihr keine bessere Lehrerin finden als Gabriel. Wo ist die gerade? Unten. Um zweifellos weitere Karten und Folianten zu studieren. Ganz ehrlich, dieses Mädchen hört nie mit der Arbeit auf. Man könnte fast meinen, dass sie versucht, uns andere schlecht dastehen zu lassen, während sie auch noch so schrecklich gut gelaunt ist. Jedenfalls wird sie euch auf die Sprünge helfen. Kennen wir die nicht? Sind wir denn nicht im Verlauf des Durchsturzbündnisses begegnet? Haben wir mit der nicht irgendeine Stadt von Zombies befreit oder so? Ich kann mich täuschen, das ist echt lange her. Ich gehe mal unter. Sprecht wieder mit mir, sobald euch Gabriel die Grundlagen gelehrt hat. Ich weiß, ich kann kühl wirken. Doch in Wahrheit kann ich es kaum erwarten, euch ins Feld zu schicken. Wo ich dann das Auge beim erstbesten Pfandlei verkaufe. Das klingt eine gute Idee. Ja, man kann es mir das nicht beibringen. Weil ich keine Magierin bin. Nun macht nicht so ein Gesicht. Ich habe nie gesagt, dass ich das Talent dazu habe. Wir alle tragen auf unsere eigene Art und Weise zum Zirkel bei. Ihr mögt das Auge führen. Doch seid versichert, dass meine Fähigkeiten als Schreiberin nicht minder wichtig sind. Das ist so ein Ding. Das habe ich noch nicht so richtig rausgefunden, wie das mit der Magie in der Elder Scrolls Welt ist. Also mein aktueller Stand ist, dass du anscheinend ein gewisses Talent brauchst und sich das dann weiterentwickeln kann. Aber du brauchst trotzdem halt irgendwie die Veranlage. Du kannst die halt, wenn du sie nicht hast, hast du die einfach nicht. Das Problem dabei ist bloß, dass du bis jetzt in jedem Elder Scrolls überzaubern konntest. Das war halt dir nie verschlossen. Du hast es teilweise auch gebraucht. Also der Held, sei es jetzt der Nevevarine oder sonst wer, oder der Held von Quatsch oder der Drachengeborene, die konnten halt immer zaubern. Und das konntest du nie nicht. Und das aber, zumindest bei der Aufnahmeprüfung in Windhelm, nee, nicht in Windhelm, ihr wisst schon, dieser komische Ort da oben in Skyrim, da erschien es zumindest so, dass nicht jeder zaubern kann. Ich dachte lange Zeit, dass das in der Elder Scrolls halt immer so ist, dass das nur so eine Sache der Übung ist. Das ist eigentlich prinzipiell, jeder kann zaubern. ist halt bloß irgendwie anstrengend und manche Leute kriegen es jetzt schneller auf die Kette als andere. Aber anscheinend ist dem nicht so. Na gut, und wie trägt ein Schreiber zum Zirkel bei? Nicht nur das Schreiben. Nur wenige können mit meinem Wissen über die alten Zeiten mithalten. Abgesehen von jenen, die sie durchlebt haben, sowie dieser unerträgliche Dunkelelf, die weit führt. Ihr mögt diese Relikte finden, aber es obliegt mir, euch zu sagen, was sie sind. Ähm, ja. Sie ist doch ein Mensch, oder? Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, ne, weil die Elfen und Magier haben ja auch wie all den Vorteil, dass sie recht langlebig sind. Das macht ja natürlich so das Historiker-Tum natürlich ein bisschen leichter, ne, wenn man um die zum Rollstuhl. Willkommen beim Zirkelkehrum. Ich bin die hiesige Exzentrikerin dieser Organisation. Falls ihr also bizarre, aber doch vollkommen plausible Geschichtstheorien mögt, bin ich eure Elfin. Dafür, dass sie im Rollstuhl sitzt, bewegt sie die Beine ganz schön viel. Ähm, naja, vielleicht hat sie ja nur irgendwie so Muskelschwäche oder so. Willkommen im Antiquaren-Zirkel. Zerbrecht euch bloß nicht den Kopf darüber. Schon bald werdet ihr uralte Relikte finden. Darunter bestimmt auch Ersatzschädel. Versteht ihr? Nur ein bisschen Antiquaren-Humor für euch. Seht ihr, wir sind nicht alle so staubtrocken wie ein leeres Tintenfass. Wir machen auch Späße. Späße. Ich weiß, aber ich gehe halt kurz mal im Keller und dann können wir lachen. So. Okay. Willi. Äh, irgendjemand war hier noch mit dem ich noch sprechen konnte. Tom Tom der Agonia. Heißt Tom Tom. Ist tatsächlich Agonia. Mensch. Wäre jetzt gedacht. Äh, hä, steht hier nicht gerade noch ein Typ am Feuer? Ach hier, da ist er. Auf ein wackeres Treffen Antiquarin und willkommen im Zirkel. Ihr habt keine Ahnung, was für eine Erleichterung es ist, eine andere Kriegerin an Bord zu holen. Offenbar sind in der Welt kaum noch welche von uns rauflustigen Gelehrten übrig. Ich stelle mich selbst immer mehr so als der Indiana Jones oder die Lara Croft der Antiquaren vor. Thermo. Ich muss hier auch noch was Schönes zuholen. Oh, Leute, die ich attentätern könnte. Oh, ich glaube, das ist da oben gerade auch passiert, oder? Das weiß nicht, ob es so Guides gibt, die halt bestimmte Orte besonders hervorheben, wo man gut einzelne NPCs sich greifen kann. Also, die steht hier oben schon ziemlich großartig, ne? Also, jetzt wenn man nur ums Umbringen ginge. Die steht hier großartig, ne? Ja, also, wie gesagt, also, ich schwöre auf jeden Fall, weil das das Beste für die, für die, die bis, ähm, äh, 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 Antiquaren gilt. du, nachgenau, das ist ja der Verein, bei dem wir hier gerade mitmachen. Mensch, ich bringe das aufs Nachteil durcheinander, wenn man bei so vielen Leuten bearbeitet. Oh, das ist das Auge? Macht das ja cool. So, die, die kennen wir auf jeden Fall. Der Name kommt ja so bekannt vor. Die begrüßung gleich mit Handschlau, oder? Oh, ihr seid es. Was für eine schöne Überraschung. Bei Mara, es fühlt sich an, als wäre diese Angelegenheit mit Angov schon ein ganzes Leben her. Es freut mich zu sehen, dass ihr euch nach wie vor bester Gesundheit erfreut. Verita hat euch also ein Auge des Antiquars gegeben, hm? Habt ihr vor, euch dem Antiquarenzirkel anzuschließen? Das habe ich bereits getan, aber, warte, ich habe gerade das Wiki offen, ich gucke gerade nach, was sie eigentlich genau tut hier. äh, aufgeladen. Na gut, ich erinnere mich wieder. So. Grob. Na gut, was hast du denn seitdem gemacht? Darien, das ist ein Farbenspiel. Das Farbenspiel ist, glaube ich, das 1. rechte D. drin. Wir sind Darien Gautier. Sind wir das letzte Mal... Wie ist denn der überhaupt eingesperrt? Von D. kann ich mich an D. kann ich mich gar nicht erinnern. Ich war auch relativ überrascht, dass wir in dem Sommersend, als der Goldene Ritter begegnet sind, weil ich mich nicht mehr erinnern konnte, dass da überhaupt irgendwie Meridia zugefallen ist. Also das Farbenspiel ist dann wahrscheinlich das Reich für Meridia. Aber wir haben auch wieder Hinweise auf Meridia in L2. Ich möchte die Jungs mal kurz feststellen. Da haben wir immer diesen komischen goldenen Stein geführt, der irgendjemand in den Wahnsinn getrieben hat. War wahrscheinlich der Richtige. Also, so viel dazu. Aber jetzt ist Darien ja auf jeden Fall weg. Hat er nur sein eines Buch hinterlassen können, der Arme. Tja, achso, ja, ich habe übrigens gehört, genau, auf den Sommersend-Insel. Ja. Tja, das ist, Meridia hat ihn immer noch. Oder halt auch nicht mehr. Das wissen wir eigentlich nicht so genau. Das klang für mich so, als wäre er eigentlich für alle Ewigkeiten weg, ne? Doch er war hier. Er war hier und ich habe die Gelegenheit verpasst. Wenn ihr sagt, dass er verschwunden ist, wie meint ihr das? Hat er etwas gesagt? Naja, das klang sehr nach Abschied, weil er wollte zu sehen, dass wir bedeuten ihm viel und das ist, äh, der hofft, dass wir ihn niemals vergessen. Außer ich halte er ihn an Dorn vergisst. Dann meinte er nicht, dass er wieder zurückkommen wird? Darien war doch immer so zuversichtlich und beherzt. Der wichtige Teil ist, dass wir wissen, dass eine Flucht möglich ist. Ich gebe ihn nicht auf. Wir werden einen Weg finden, um ihn dauerhaft zurückzuholen. Das weiß ich. Also, Kopf hoch. Richtig? Richtig. Stimmt, die waren immer so gut gelaunt. Das hat die, hat die oben ja auch gesagt, ne? Dass das die immer so gut gelaunt hat. Wollte ich jetzt, äh, ich geh da mal. Aber das ist eigentlich, das hätte ich schon gar nicht angefangen. Oh, ihr seid es. Ja, ja, hier. Oh, wirklich? Das ist aber unerwartet großzügig von ihr. Hm. Nun, auf jeden Fall sollten wir anfangen. Es beginnt alles mit der nötigen Konzentration. Das Auge will euch zeigen, was ihr sucht. Also macht eure Gedanken frei und beschwört in eurem Verstand ein Bild des Relikts herauf. Das klingt ja praktisch. Also, das war... Der aufregende Teil. Blickt in das Auge und konzentriert euch auf die Facetten im Glas. Atmet tief durch und versucht, die Symbole zu einem Muster zu vereinen. Irgendwann blickt ihr nicht mehr die Linse an, sondern durch sie hindurch. Warum versuchen wir es nicht einmal? Na, dann machen wir das mal. Verzagt nicht. Ich meine, klar, es ist nicht so, als ob wir hier unten lernen, wie man Reis kocht. Doch jemand mit euren angeborenen Talenten sollte den Vorgang rasch durchschauen. Und wie bei den meisten anderen Dingen gilt auch hier, Übung macht den Meister. Ähm, ja, in der Tat. Äh, denn, 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 denn. Spielt noch ein öffneter Tagebuch mit J und W. Die Antiquität. Achso, ich muss die tatsächlich auswählen. Kann ich die nicht... Äh... Achso, hier. Okay, ich sehe hier schon kurz. Ach, du... Hier, was denn hier? Achso, ich sehe hier direkt, was es alles gibt. Also irgendwann werde ich mich vielleicht mal irgendwie mal... In Okwea kann ich auch was finden? Also in Okwea, das müsste ja relativ schnell gehen. So groß ist das ja zum Glück nicht. DLC-Gebiete? Ach, hey. Das ist... Das liegt ja wirklich überall was. Animo-Kern-Serie 2? Die kann ich einfach nur verkaufen. Naja, dann, äh, da ihre Spielflasche. Ach, hey. Ach, das ist dieses Minispiel... Richtet nun euren Blick fest auf die Mitte und die Ecken der Linse. Verlagert euren Fokus danach nach innen auf die Facetten im Glas. Konzentriert euch. Dann sollten die Facetten verschmelzen. Das Verein der Linse in einem einzigen Muster stimmt das Auge perfekt ein. Aber für eine ungefähre Ahnung vom Standort des Gegenstands muss man nur die Foki erreichen. Falls das nicht klappt, versucht es einfach noch einmal. Äh, äh. Äh, äh. Muss ich das jetzt... Ah, ja. Äh, gut.